Ach, ich frage mich, wieso sind die FPS, jetzt wird es sehr tief, oder? Das ist Kale-Rössung. Die besten Rössungen kann man damit herstellen, mit dem Apfel, das kann man mit dem Apfel herstellen. Und dann natürlich die Dinge, die gewöhnlich sind, oder kann aus dem Kommen nach irgendwas, mit dem Spun. Der, der, genau, Herzkanister. Da brauchen wir ein Necklement für die Entikanister. Da müssen wir eine Nachricht sagen, oder, wie kann ich die Haft gehen? Leks. Okay, Anleggen, Anleggen, Anleggen. Anleggen. So, kurzen Moment. Okay, gleich lang. So, also, wir gehen mal Chocobo. Die Chocobo schauen, ob die Fäden fallen gelassen haben. Ja. Hallo. Best steckende Chocobo. Die kann man eigentlich züchten, aber Sorte haben wir noch nicht, können wir sie nicht mitnehmen. Jetzt scheinen wir gehen. Ja. 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 Einfach mal nachschauen. Ja. 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 Da kommt man natürlich drauf. Ja. 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 Vielen Dank. Hühner, 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 Hühner. Also ich denke in diesem Biom, dort hinten gibt es sicher Hühner. Also ich denke in diesem Biom, dort wird es ja noch. Das ist ein Wölfe. Das sind das für Berries. Leckt es wieder raus. Ich verstehe jetzt nicht. Wir haben wirklich nichts. Das ist nur bei Minecraft so. Das ist nur bei Minecraft so das Preps Problem. Ich möchte ja ungern andere. Der Bounce ist gefahren. Ich möchte ja ungern ein anderes Programm nehmen. Weil Preps ist einfach gut, weil der Sound ist gut. Kein Hintergrundgeräusch und so. Ich möchte mal die Story ausprobieren. Der ich. Mal schauen. Mal schauen. Kann ich auch Two Words vielleicht aufnehmen. Mal gucken. Mal schauen. Was dann die Dinge haben wir schon. Was sind die Dinge die haben wir schon oder? Die Trauerweiden. Mal schauen. Das sind Schweine, die können wir nicht mitnehmen. Wir haben dieses Pion, wir haben das letzte 1.5m hier, wie wir sehen. Ich soll jetzt nicht vergessen Open2S zu machen. Jetzt haben wir wieder einen kleinen Dampf. Oh, bitte, Frems. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein bisschen Pinkyholz. Kein richtig troll. Dass beim Hero Projekt noch niemand auf dieses Trollen gekommen ist. Das sind mehr Let's Player, die einfach die ganze Zeit rollen. Aber ich verstehe, dass es doch sehr gut wäre, wenn man irgendwie das Haus tauscht. Ich glaube beim Mega Projekt wurde mal Gormel mit so einem Sex Patrol sein Haus pink angemalt. Aber das war mit Wohle. Aber so wie ich gesehen habe, weiß nicht ob es in diesem Mod Pack ist, kann man auch sprayen. Man kann so ein bisschen Stein anmachen. Ich hoffe es ist hier drin. Ich habe so richtig Bock hinter euch ein bisschen zu bauen. Da ist ein Hund. Aber ein Hund reicht nicht. Komm du mit. Kannst du noch viele? Ja komm mit mir. Ich weiß, dass ich es gerne habe. Ich weiß nicht. Ja Chicken. Du seid so sexy Chicken. Komm. Falsche Seite. Dann nehme ich nur ihr euch zwei. Ist auch gut. Nein bitte. Nein. Nee gar iii. Mach ich mich nicht sauer. Schon wieder so schlimm. Mit deinem alten Hexiprojekt. Tja. Okay. Okay. Dann muss ich auch zusammen. Schau mal schon. Ähm. Starstück. Achso. Sternenstück. Kommt mit. Ich will euch Chicken werden hier zuhause. Kommt mit. Kommt mit Flirt. Nee. Die Spinn Banane. Na kommt doch. Kann sie nicht machen. Kommt. Wann kommt doch. Kann sie nicht machen. Wie komme ich jetzt hier rüber? Bitte, bitte, mach keinen Schwachsinn. Und fall nicht drunter. Hier ist gut. Hier sind wir gut. Hier ist die Leute rüber. Ja, seid ihr schon wieder verwirrt, nur weil ich die Richtung gemäßt habe. Ah, Chicken, hast du Hunger? Hä? Hast du auch Hunger? Komit. Ich erfülle euch. Späre euch ja.